Wir sind hier auf der Fachmesse InterNorga in Hamburg für Miele, eines der repräsentativen und sehr wichtigen Messen für Hotellerie und Gastronomie. Kunden kommen unheimlich gern auch zu uns hier auf dem Messestand. Wir haben festgestellt, dass für uns die Messe unheimlicher Transporteur ist, für die Marke, aber auch für Neuheiten, für Geräte, die wir zeigen. Wir zeigen hier auf der InterNorga in diesem Jahr die neuen Benchmark-Maschinen, die wir unterteilt haben in zwei. Einmal die Performance-Linie und einmal die Performance Plus, die unheimlich innovativ sind, deutlich mehr können als die Geräte-Generation zuvor. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass die Jury des InterNorga-Zukunftspreises uns für die neuen Benchmark-Maschinen den Zukunftspreis 2017 verliehen hat.